hallo und herzlich willkommen liebe freunde zu borderlands 2 ja und es geht auch direkt weiter und hier sind meine teuren treuen gefährten der onkel hallöööchen der gabax jo hallo leute und der sergeant mörder hallo schwester ja geht weiter oder waschmaschinen alter leben länger mit karl kuhn ich habe nicht mal ein kaffee angeboten bekommen das ist wieder dauerwerbesendung bei mir unten rechts in der ecke machen video bitte kaufen sie jetzt noch eine waschmaschine damit sie karl kuhn benutzen dürfen product placement nennt man das so wie möglich ist in karl kuhn benutzen die er hat weiß doch der stetig deswegen zwar der warte war das erwartet mal wo kann ich aber der warte am meisten ich will es ja und aussuchen ich mache es ja auch und so weiter Prozent Prozent wird zu der Dreck fällt irgendwann ab wenn er hart genug ist nur für den Abspacht und manche die Nachricht auch mal ganz kurz gucken vor lauter Angst und die auswählen meine lieben Freunde. Alter, man trifft ja gar nix. Ich bin ein Level gestiegen, yeah. Das ist toll für dich. Bombe. Abfackeln, abfackeln, machen wir später. Ah! Er hat doch gesagt, Bombe. Yeah, maximale Gesundheit. Hilfe, ich seh nix mehr. Ist alles so tu... Oh, ich bin tot. Okay. Oh, da liege ich. Geil, wie der Sargent da langgrabbelt. Das sieht ja richtig lustig aus. Geh doch weg, geh doch weg. Werde durchs Portal gedrückt. Alter. Ich mach mal eben hier, bam. Du, was bin ich denn? Du bist am scherben, knallrotes Gummiboot. Das war jetzt der Nachschaden. Den Nahkampf müssen wir den töten, oder? Ja. Okay, wenn der fast tot ist, renne ich hin. Nachschaden. Okay, stopp. Ich komme. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ich hab ihn. Ja, aber da stand leider, Töte-Rech im Nahkampf wurde nicht geltend gemacht. Warum nicht? Wir haben den Glocken noch nicht mal getötet. Was? Wir haben ihn noch nicht mal getötet. Ach, da war der falsch, oder was? Ja. Werft doch nicht die Sniper weg. Doch, gesam. So, hier hab ich noch ne Schrotflinte. Wer will ne Schrotflinte? Die Schrottflinte. Hier hab ich noch ne Schrottflinte. Noooot. Alles Müll hier. Will ich gar nicht, kann ich haben. Hier sind ganz viele Kisten. Voila Munition. Komm, irgendwas denn los ist hier. Das ist ja dieses Schrotflinte. Mhm. Leute, was passiert, wenn ich auf dieses Fass schieße? Es glüht und macht Bäm. Genau, es explodiert. Und da hinten ist ein Elektro-Ding. Bäm. Guck mal, da gibt es ne Multifunktions-Explosion. Bäm. Ja, wie ihr gesehen habt, liebe Freunde, wir gehen auf jeden Fall taktisch vor bei dem Game. Ja, aber klar. Alter. Genau, ich komm rein in den Raum, wechsle alle auf und versteck mich. Genau. Ne, das macht ja der Sartre, der macht sich immer unsichtbar. Boah, Nukunara-Kette. Wurde abgeschossen. Was für Zeug? Was? Nukunara. Nukunara. Ähm, okay, aber was schönes für dich. Hochheilung, nimm sie mir doch nicht weg. Ach, der hat eine Bombe geworfen, Achtung, Leute. Das war aber schlecht. Erf für nachladen. Erf für nachladen. Du musst ja schauen. Oh. Warum macht ihr das? Das ist der, das ist der. Das ist er. Ach so, was, mal gucken, Walter. Ach, du kannst einfach deine Waffen durchscrollen, Gabax, wenn du über so der Waffe stehst. Und dann siehst du die Werder, die wird halt immer. Ähm, der Typ hat gerade eine Granate gehofft. Oh, stopp, scha, scha, scha. Hm. Warum kann ich den nicht töten? Ja, das ist jetzt so schnell geht es. Das war doch bloß ein Taskmaster. Ach, da hinten ist der. Ach, Assassin Red. Okay, da ist er. Der sieht aus wie so ein normaler Pimmel. Der sieht aus wie ich, ja. Was? Wie ich sie denn in der Pimmel ist? Ich werde dich mal eben. Hab dich lieb. Warum kann ich ihn nicht heilen? Das macht ein anderer, oder? Ich bin tot. Ich werde dich rennenfieren. Gabax, warum stirbst du? Ich muss aber auch kurz erwähnen, dass ich irgendwie die SML ist scheiße für. Da hatte ich nicht gesagt, dass ich das gar nicht mache. Alter, ich bin tot. Oh, ich bin echt Müll. Karl, man trifft mit dem gar nichts. Ich bin echt Müll. Ich bin echt Müll. Schaul auf die Fresse, yo. Schaul auf die Fresse. Ich bin echt Müll. Immer drauf, immer drauf, immer drauf. So, sobald's gleich los ist, mach ich mein F. Ich mach mein F. Ich komme. Ja. Wo machst du denn den F? Ja, weil das mein Special-Nug-Kampf ist. Ist doch egal. Ja, getötet und Bonus. Ja, sicher. Ja, sicher. Ja, sicher. Ja, oh, ne blaue Waffe. Was kann die denn? Ja, lass uns erst mal gucken. Solche Geier, Alter. Ich hab noch nicht mal angefasst, die Pistole. Alter, ich hab's nur angeguckt mit meinen Lubschins. Warte. Wo ist denn? Da, hier. Gavax hat sich gleich eingesteckt, der alte, der alte Geier, ey. Was ist denn das? Damit sie nicht verschwindet, nicht, William? Alter, aber was soll denn das? Ja, das ist nett. Ist das jetzt ein Scharschützgewehr? Aha. Was? Ist halt ein Scharschützgewehr. Will das einer haben oder kann ich das haben? Du heilst den. Komm, behalte doch, du, Geier. Ja, ich kann sie dir geben. So, Geier, gab es das als erstes genommen? Wolltest du auch mal angucken? Du, Geier, ich hab die noch nicht, ich hab die noch nicht, ich hab die noch nicht noch mal angeguckt, Alter. Wolltest du weg? Ja, dann guck doch. Nö, mach mal. Da ist, die ist gut, die ist auf jeden Fall gut. Mhm. Aber die ist halt langsam, weißt du? Naja. Warum kriegen wir jetzt eigentlich so für eine Situation? Hm, große. Wo wir jetzt wahrscheinlich noch jemanden töten müssen. Wartet, habt ihr schon eure Torken aufgebaut? Ich hab die Kipp gefunden, Leute. Ich hab die Kipp gefunden, Leute. Ich hab die Kipp gefunden, Leute. Was find's euch? Was hab' ich? Ja, die Badass-Punkte. Warum denn? Mach doch deine Badass-Punkte und wir machen sie mal wiederholen. Ich gehst holen. Keiner will. Nee, ich wache nur, weil sonst wird's grad'n bisschen ruhiger, weißt du? So, den nächsten müssen wir mit Shotgun machen. Alter. Hab' ich, hab' ich, hab' ich. Das will ich diesmal tun. Wo, wo kann ich denn lesen, was das für eine Waffe ist, die ich da bin? Hm. Du weißt doch, was das Schrotflinde ist, oder? Nee, ich hab... Warte mal, was hab' ich denn? Ich hab' ein Sniper. Jakobs Krönung. Na, was? Oder? Nee, ich lass' ihn mal kurz aufräumen erstmal. Ich werd' hier nicht durchsterben. Uh, wie geht's da schon wieder ab, hier? Also, dein Roboter ist schon echt krass drauf, ne? Ja, ne? Der hat schon was. Also, muss ich den ja lassen? Das ist Rang 5. Yeah. Ja, geht ab. Dann bin ich halt im... Selber schießen, scheiße. Oh, da ist wieder E-Ridio. Was, ich brenne? Warum brenne ich? Nicht... Achtung, Achtung, Leute! Ach, die Griecher, die fackeln uns an. Und, Achtung! Robby, komm mal her, hier ist ein Psycho. Psycho, ich bin doch schon da! Ich komme! Deh, 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 deh. Helfen sie mir! Helfen Sie mir! Du bist eine geile Maschine! Eine Maschine-man... Alter, ich kann nicht durch das Gitter schießen! Meine Patrone-prallen dann ab. Es geht doch drauf, du Scheiß-vieißt! Sie werden hier schon elektrisiert und dann sowas. Na? da guck dir das an ach mal noch nie ja ich bin die ganze Zeit bei dir was hast du denn nichts? ja ich helf dir du hast aus wie ein Feind hehehehe ich bin übergelaufen ich bin übergelaufen du warst nie über uns da hat man ja gesehen ne alter Geier da ist schon unser Fan wieso? weil ich die Waffe, die hat der Gabba-Seite erst weggenommen und der hat sie mir hingelegt 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 was warte mal wenn die Tür aufgeht könnte ich so riesen viel und das muss ich auch noch gehen oder was? na super der hat sie mir mega geil aus und der hat denn jetzt die Elektro-Kölkern ist doch kaputt ey das war glaube ich der Weihnachtsmann oh man du darfst meine Videos nicht kuchen hehehe da mein Roboter regelt Roboter? Alter was ist denn hier live? ich hol dich gleich ich kann meinem Roboter leider keine Schrotflinte geben nicht den einfach nicht den ich muss doch den nur Schrotflinte killen was macht ihr denn? warte ich belebe dich ich belebe dich kannst du deinen Roboter nach Hause schicken in Urlaub? ne geht's dann nicht hallo wüsste nicht wie ich ihn zurückschicke dann renn du weg äh Dingens wer hättest du denn jetzt noch mal satschen das ist doch da 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 ja ja dann töt ihn och mann und der oh du lässt dich immer erschießen ja echt noch aber ich rette ihn ich bin ja schon dabei habt ihr jetzt getötet mit der Schrotflinte? der ist down ne keine Ahnung ach Mensch ne scheiß Geier doch mal so hier da warte da da ja der Gabbahax da hat er vorhin auch von mir eingesammelt doch mal guck dir das an ach ne das ist ja aber jetzt stinkt mein Büro nach Blut und Filsch jetzt hör sie denn was schrotz ich da scheiße jetzt hab ich das Falsche weggeworfen der muss alles anfassen ja und wie ist es so? schmeide...schmeide dich in der Hand? das hört sich richtig gut an oh warm 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 und klein kommt mir sehr bekannt vor warm matschig warm matschig und klein kommt mir sehr bekannt vor halter oh was war das? reden wir ja auch gerade über Möller Ne, wir reden gerade über Kavax. Hallo Kavax. Hallo. Ich rede gerade hier oben, Möller. Das bist du von Arschloch. Wo ist aber dann hier oben? Den war ein Witz, boah! Das war ein Scheißwitz. Das war ein Witz! Was haben wir denn da schon wieder? Welche Scheißwaffen? Ähm, wie ist Kacke? Es gibt keine Scheißwaffen. Da kann man eigentlich Granaten werfen. Die Waffe macht und das macht an. Wie kann man Granaten werfen? Ich hab da geile Waffe. Hallo, wisst ihr das? G. G wie Granate. Oder wie grün. Oder wie grau. Oder wie graut. Graut. Okay, ich bin hier gerade in so einem Service Center. Mit Dosen und Blut. Oh, das ist doch schön. Guck mal, so sieht mein Kalender auch aus zu Weihnachten. Guck mal, die suchen alle nicht uns. Negativ. Doch, da. Möller und Onkel wird gesucht. Oh, der Onkel kostet 99 Milliarden. Und 99. Dabei sind die DLC Charakter mit dran. Ja, sowas aber auch. Ja, zwei Charakter. Rivano? Die sind aber unsichtbar, die DLC Charakter. Nein, ich wollte hier noch was verkaufen. Das Fleisch wartet. Wie war das? Na ja. Schnauze. Waa? Schnauze? Das geht nichts. Kann ich ja nichts verkaufen. Jetzt. Hunde. Was, Organspende? Ne. Weißt du? War doch ne gute Mission. Den Händen gerissen, genau. Aus dem Körper gerissen. Ich fand die gut, die Mission. Und die, äh, Waffe ist cool. Was ist denn hier? Ach, das ist ja zum Kaufen. So, reisen. Geht nicht, weil die anderen komischen Shop rumlümmeln. Ich hatte sowieso keinen Bock zu gehen. Wir warten nur auf Möller. Was warten jetzt mit dem Bibel, 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 Bibel? Ach so. Äh, dann bla bla. Möller. Ich hab jetzt Rivano's Fresse in meinem Zielvisier. Rivano. Bäm. Das ist ein Loch. Bäm. Das ist ein Loch. Das ist ein Loch. Bäm. Das ist ein Spielverlauf. Spielt, äh, äh. Sagen, dass er sich bei uns soll. Geht doch nicht. Ich sag's doch nix. Der soll doch fertig machen. Das ist doch gut. Ich hab's doch auch gekauft. Dicke Warno. Boah, ein Witz. Hm. Deine Witze sind scheiße. Wir sind im Ladebildschirm. Deine Witze sind heute sehr, sehr kacke. Gar nicht. Boah. So. Wo geht's jetzt lang? Hier hin. Ich hab eine rosa ne Waffe gehabt. Okay, voll. Oh. Schon wieder Feinde. Oh. Meine Fresswaffe nicht. Was ist das denn für ne Scheißwaffe hier? Auf. Wenn ihr zuhause seid. Ey, wir sind ja jetzt hier rausgekommen und direkt kommen die Gegner. Wir haben nur Grützenwaffen. Leute, hier geht alles in die Luft. Die Luft. Die Luft. Ey, wie ich einfach nix treffe mit der Scheißwaffe. Ist ja so kacke hier. Okay. Ja, liebe Leute. Wer covers mag die Waffe nicht. So. Egal. Mein Roboter regelt. Waffe wegzelt. Waffe wegzelt. Waffe wegzelt. Waffe wegzelt. Waffe wegzelt. Hilfe. Hilfe. Ich komm sofort. Oh man, die scheiß Granaten. Wo kommen die denn her? Hilfe. Hilfe. Hilfe, bitte Rainer. Du für ein Feist. Kannst du mich aufheben, oder? Nein. Bitte. Mein Roboter macht kurz einen Moment. Danke. So, der Roboter hat jetzt aufgeräumt, zack. Danke, danke, danke. Wie der da einfach hochhüpft und den abschlachtet. Ich mag meinen Roboter. Der Roboter ist bis jetzt die geilste Ulti. Ja, der ist die geilste Ulti. Über. Über. Wenn ich jemals das Spiel nochmal spiele, möchte ich auch den Roboter sein. Der ist so chillig. Dann kannst du ja nur... Komm, wenn der Gabax das sagt. Was? Dann kannst du ja nur mitspielen, wenn der Gabax das sagt, wenn du der Roboter sein willst. Ja. Genau. Ich auch nicht. Du hast gerade gesagt, ich will beim nächsten Mal, wenn ich das Spiel spiele, der Roboter sein. Ach, du meinst, dass das so... Und der Roboter ist nun mal nur da, wenn der Gabax nur ruft. Ja, ich meinte ja die Frau halt mit dem Roboter. Dann musst du das auch sagen. Ja, das habe ich eigentlich so gedacht, dass man das so versteht. Ne, versteht man nicht. Ich meinte, die Frau spielen, damit ich einen Roboter habe. Okay, einsteigen. Ich nehme dich jetzt auch mit. Ah. Kommen wir schon hin, reißen Beginn. Ja, da geht doch so viele Sachen aus, Wahnsinn. Ja, aber das glaube ich, das hat jeder verstanden. Naja. Was? Das sagt morgen und dann sollst du wissen, dass der morgen Kartoffelsalat hat mit Rührei und Tomatensauce. Keine Ahnung. Total eklische Zusammenstellung, aber so ungefähr. So was würde ich nie essen, Alter, kann ich schon mal nicht zutreffen. Aber wenn du Rumsteak gesagt hättest, hättest du gesagt, oh ja. Apropos Rumsteak, hab ich voll Bock drauf. Toll. Jetzt hast du mir auch Bock drauf gegeben. Boah, morgen essen wir alle Rumsteak. Ne, wir essen drei Tage Rumsteak. Übermorgen. Drei Tage. Das interessiert einfach keine Sau. Oh, 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 oh. Rumsteak ist lecker, oh, oh. Ich weiß. Oh, oh. 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 So, so parkt man ein. Ja, hab ich gesehen, ey. Auf uns, ey. Ja, auf uns. Sanctuary. Da denk ich immer an Fallout 4. Ja, geiles Spiel. Die Stadt. Ein wundervolles Spiel. Ein wundervolles Spiel. Oh. Ein wundervolles Spiel. Lalalalalala. Alles ist gut. Alter, ich bewerf dich gleich bei Popstar. Genau. Jetzt sind alle Zuschauer so die Ohren so, ah, Kopfhörer vom Gesicht gerissen. So, ah. Keine Sorge, liebe Leute, der Onkel kommt nur bis zur Scheibe. Also, darf mal reingucken. Lilith. Oh, danke. Ich höre, bist du und der Restaurant hat deinen Kumpels auf sich zu der Erinnerung gezogen. Ich wollte dich nur gratulieren. Du hast euer Ableben um ein paar Monate hinausgezögert. Ich werde so damit beschäftigt, sein Eridium abzubauen, um diesen Kammerschlüssel aufzuladen, den ich von eurer Freundin Tennis gestohlen habe, dass ihr für eine Weile niedrige Priorität habt. Also, tschau. Tschau. Hands up, Jack, du bist ein Arsch. Alter, ist er voll der Michael Jackson Warbutter. Ey, hör auf zu tanzen. Hör nicht auf zu tanzen. Der Michael-Bot ist das. Klar, ich kann ihm keine Stromschutz geben. Ja, rennen wir jetzt alle wie den Hütchen hinterher. Wer das als erster fängt, der ja gewinnt oder was? Genau. Ne, wir müssen hier wieder zurück in die Bar. In die Bar. So, was wollen wir denn in die Bar? Ja, in die Bar zurück. Oh. Ich habe nichts gedrückt. Jetzt wo Jack den Kammerschlüssel hat, wird er die Kammer bald öffnen. Außerdem brauche ich einen neuen Ventilator. Das Labor stinkt nach Speck. Und Speck ist nur was für Schleimer und Inzuchtbrot. Okay. Ja. Alles. Und Rivano mag Speck. Ach, das ist sogar eine Doktor. Doktor Tennis. Ich bin dabei. Du magst Speck, ne? Huch. Oh ja. Du Inzuchtbrot. So, müssen wir jetzt hier eine Quest machen oder irgendwas? Ah, hallo. Was? Du Inzuchtbrot. Ja, ich bin Psycho, Psycho Mentes. Ich mache alles. Ich bin von jedem was. Schau. Von allen was dabei. So. Da haben wir noch so eine Gute. Goldene Kiste, ne? Wo? Wenn ihr Bock habt, kann ich die aufmachen. Ey. Das ist doch dieselbe schon wiederum. Kann man doch ständig aufmachen. Oh, komm mal, was ist hier? Öffnen. Mal wieder neue Sachen. Was? Holen viele Emissionsobjekte. Ich habe irgendeine komische Taste, wo ihr die ganze Zeit schießt. Oh, ich habe gerade 4 Dollar gefunden. Ich bin so reich. Hä? Also wir sollen den Safe benutzen hier oben, ne? Ah, Belohnungkastien steht hier. Komm wieder, wenn du verarztet werden musst. Ha! Solange du keine Angst vor ein bisschen Tetanus hast. Tetanus. Tetanus. Hier spricht der Firehawk. Komm zum Fasten und Kräger oder Leute werden sterben. Oh, oh. Der Firelord. Der Firehawk! Du meinst diesen massenmordenden Kopfgeldjäger? Oh, kacke! Wenn der Firehawk ihn hat, steckt Roland mächtig in den Kopf. In der Scheiße! Du musst zum Frostburn Canyon und seinen Arsch retten! Wenn der Firehawk ihn gefangen hält, ist Roland in großer Gefahr. Du bist der einzige, der Jack stoppen kann. Aber Roland ist der Mann mit dem Plan, sozusagen. Er weiß, wie man Hyperion am besten angreift. Für alle Leute, die Lippen lesen können, ihr könnt's vergessen. Der Wind von links kommt ganz schön heftig. Oh! Geht bestimmt vor dem Ventilator oder so. Was macht ihr denn da jetzt gerade? Ich sehe, dass wir wieder am Schalter rumspielen. Was wollt ihr denn da? Ihr seid doch vorangerannt. 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 Ihr habt gesagt, Belohnung, da war ich noch irgendwo sonst wo. Keine Ahnung, wo habt ihr denn jetzt ne Belohnung? Wenn der Belohnung hat, dann ist vorbei. Wenn der Belohnung hat, dann ist vorbei. Können wir denn nutzen? Dann war das. Trotz meiner Psycho. Wieso könnt ihr denn ne Belohnung nehmen? Wo denn? Ja, hast du den Safe oben nicht benutzt? Welchen Safe denn? Der hier oder was? Ja. Der ist aber leer. Achso, geht's nicht, ne? Ja, Pech. Die haben schon wieder alles gelootet, Onkel. Die Luthos. Ey, ihr seid solche Geier. Das ist so wahnsinnig. Ey, der Gaber ist so ne Möller. Das sind die Luthos. Die Luthos-Blüte. Oh Mann ey, da gibt mir wieder nichts ab hier. Hier brauchst du das nicht sagen. Drück mal I. Drück mal I. Vielleicht erhältst du dann die Belohnung. Nein. Was? Drück mal I. Wenn ich I drück... Was? Ja, da hab ich dann die Anzeige gekriegt, dass ich ne Belohnung gekriegt habe. Mhm. Was wollte ich noch sagen? Geier, ey. Wir kriegen auch nur benutzte Minicats von den. Hier ist noch ein gelbes Ausrufezeichen. Ja, aber ich würd sagen, bevor wir das machen... Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, Rebano. Gut, liebe Freunde. Dann würd ich sagen, machen wir hier einen kleinen Cut, ja. Sehen uns dann nächstes Mal wieder. Nächsten Samstag. War wieder eine aufregende Mission hier. Und ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Schaut doch auf jeden Fall mal bei GemaShackLP auf dem Kanal vorbei. Bei GamaX auf dem Kanal. Jo. Und der kleine Roboter, der dazwischen plappert. Und bei Sarge Möller auf dem Kanal. Lasst ein Abo da. Dann könnt ihr auf jeden Fall weitere Folgen sehen. und liken, kommentieren, was ihr Bock habt. Und ja, dann würd ich sagen, bis nächste Woche Samstag. Schönen Tag noch. Ciao. Tschüss. Tausend. Vielen Dank.